Türken machen das Unmögliche, immer möglich! Wir wollen einfach umbringen, aber dann, aber dann... Wisst ihr was dann passiert, Jungs? Wisst ihr was dann passiert? Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen! Türkiyä, 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 Türkiyä! Ich sag nur Tschechien, man, genauso! 100, wenn wir das geschafft haben, wir sind im Finale, ich verspreche es euch! EM gehört uns! Wir werden Deutschland kaputt machen! Ja!